Welcome back, jetzt hat hier plötzlich, so, genau, so, Life is Strange, Episode 2, Vers 12, also 12, das Video in der Reihe und wir hatten gerade am Schadplatz das Auto repariert und im Auto ist sie dann eingepennt und wacht jetzt in einem Albtraum, die Chloe und jetzt müssen wir mal angucken. Also Albtraum wieder mal, ähm, ein Moment, Waldbrand, Moment, wieder träumt, nehmt den Stock und röstet damit ein Marshmallow, nehmen, nehmt den Stock und röstet, ich richte mich hier mal nach der Lösung, weil sonst keiner hier, ähm, muss nur gucken, was ein anderer PC macht, ich dachte, ich habe fünf andere PCs noch am Laufen, röstet ein Marshmallow, wie mache ich denn das jetzt, Feuer, ansehen, muss ich erst alles ansehen, achso, haben wir schon, Nehmt den Stock und röstet damit ein Marshmallow steht da, ähm, warte, muss man jetzt, äh, ach da Marshmallow, aufspießen, jetzt, ein bisschen komisches Spiel, so, aufspießen, Zombie, äh, jetzt, äh, jetzt kommt ein Zombie, da wird dicht drauf, Wahnsinn, Marshmallow, das ist, und jetzt, äh, Marshmallow, haben wir jetzt aufgespießt und jetzt rösten, rösten, ein bisschen kompliziert, ja, lauscht anschließend den mysteriösen Ausführungen von Chloes Vater, bis sie wieder aus dem Albtraum erwartet, jetzt ist mein dritter PC gestartet, hoch, so, und jetzt, äh, Ah, jetzt, äh, ich muss mal gucken, muss ja auch noch PCs machen, oh, mhm, 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 schickig, es kommt ein Geist, mhm, 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 mhm oh, zombie! ah, jetzt wird's interesting oh ne sag mal gut äh, so speichert so mhm mhm, mhm da ja, jetzt speichert er mhm wo war ja aha aha jetzt aber kann man jetzt noch den Elvis einbauen mhm hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? you could start a fire mhm komm schon her mhm so so, are you gonna invite me in? mhm mhm achso, müssen wir äh natürlich, achso, ich muss was drücken natürlich mhm 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 Game, Mathe Game, Game of Pythagoras. Jetzt glaube ich kann man machen was man will, oder? Oh, ich muss meinen Computer neu starten, warte den anderen, warte, update our computer Neu starten, oh, oh Wird neu gestartet, jetzt wieder hier, ja? Moment Äh Interessante Farben hier, das T-Shirt auch und die schicke Decke, na was ist jetzt kaputt? Hey, 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 na, 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 du, du Na da, schau her, oh weia, jetzt kann man irgendwas machen, mal x, oder? Ähm, das ist jetzt, sprech mit ihr worüber ihr wollt, das Gespräch kommt ohnehin sofort wieder zurück auf Rattles Vater Und schon muss sie wieder aufbrechen Hm, okay Was macht der andere PC? Nix So So, okay, jetzt bist du dran, machen wir mal Hm, hm Hm, hm Now you are on the Reihe Thank you Genau Prima Hm 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 Genau Mhm So, äh, Feuer, Feuer, das ist doch mal schön, ne, machen wir mal Truck Was macht der PC? Nichts Tolle Grafik Kaffee Pause Also, das spielen wir jetzt noch weiter bis zum Speicherpunkt und dann machen wir mit Just Cause 3 weiter Mhm Mhm Ja, die Gute hat Probleme irgendwie, oder? Weiß keiner warum Will auch keiner wissen Was ist jetzt wieder, ach so, ich werde dich nicht, du bist nicht wie ihr Aber auch Sagen Das braucht ein paar CV, du bist einfach nur ein paar Mal, wenn du bist, du bist Du hast nur noch jemanden, du möchtest dich, du bist du und du bist und nicht vor sich alles besser kiepifest Das ist auch, du bist Ja, du bist so, ich werde dich nicht anschauen, weil du bist von Schmutz Und du bist zu Hause, wenn du dir so, ich wundervuig Mhm Hm fertig. Entschuldige, ich tue gerade E-Mails anschauen. Das Spiel hat gewisse Länge. Die haben also nichts Sinnvolles im Sinn hier, die Kollegen. Dass sie mal irgendwas Sinnvolles machen. Die zünden den Wald an und was weiß ich. Aber dass sie mal irgendwas Sinnvolles machen, kommt ja gar nicht in Frage. Was ist denn das da hinten? Gut. Ah ja, jetzt Tasche, jetzt warte. Tasche speichert. Graffiti. Aha, Hütte, genau, Hütte. Da müssen wir jetzt den Spruch hinmalen. Den Nummer 14, Kanonenwand. Und warum ist die jetzt da in der Hütte? Und warum ist die andere? Weiß keiner. Da, da, warte. Tatscheibe, Wahnsinn, Wand, Teppich. Jetzt müssen wir erst wahrscheinlich... Da, Wand, Graffiti jetzt, das machen wir jetzt. Ah, Errungenschaftkanonenwand. Prima, das war Nummer 14. Aha, und jetzt, ähm, ähm, jetzt müssen wir die Hütte verschönern mit den herumliegenden Sachen und schließlich die Tasche aufmachen. Da muss man jetzt auffassen. Meine Fresse. Schild, Schild. Äh, A drücken, warte. Genau, müssen wir erst alles machen hier. Aha, da schau ja, wrong way. Da schau ja, falsch abgebogen. Wandteppich, den müssen wir auch noch aufhängen. Muss man alles machen hier. Mhm, hoch. Da schau aber an. Ist das jetzt ihre Bude hier oder wie oder wie oder wo? Oh, ihre Bleibe-Wandteppich ansehen. Da, schau ja. Dann, das ist, warte, haben wir noch was hier? Da, Dartscheibe. Dartscheibe müssen wir noch aufhängen. Aha. So, schau ja, jetzt wird's doch schon richtig wohnlich. Da, schau ja. Ja, ping. Gut. Jetzt müssen wir die Tasche am Schluss erst, warte. Dartscheibe. Ansehen. Achso, das war das blöde. Jetzt haben wir alles, oder? Das war das Graffiti. Äh, jetzt haben wir, jetzt können wir die Tasche eröffnen, oder? So, warte, was ist da Tasche? Äh. Äh, dann ist diese Episode schon wieder zu Ende. Oder? Anprobieren, müssen wir das jetzt anprobieren. Äh, nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Ja. Rabenhaare, was, komm. Oh, nee. Das ist ja... Na, hallo. Das lassen wir jetzt, oder? Umziehen beenden. Oder müssen wir da noch mehr? Gibt's da noch mehr? Na, das schaut doch schick aus, oder? Kann man das... Auweia, jetzt müssen wir alles ausprobieren. Achso. Äh, Horschach. Oh, ho. Sollen wir das auch noch? Horschach-Test. Das machen wir auch noch. Also, da sind drei Sachen drin, oder? Die kann man jetzt auswählen. Erstmal gucken. Gucken. Na, nee, das ist nicht so. Da, das andere. Das ist mal besser. Nee. Umziehen. Komm. Ja, machen wir noch das eine. Warte. Ja, sie guckt schon hier. Genervt. Äh, das da. Äh, also da sind drei Sachen drin, die kann man jetzt alle anziehen. Dezenterweise sieht man das jetzt nicht. Ist gar... Oh, 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 oh. Mhm. Trainingsjacke von der DDR, Berufsmannschaft der Bodenturner. Nee, die nehmen wir nicht. Ähm. Original. Nichts gegen DDR. Nein, nein, nein. Nichts gegen die lieben Kollegen, aber DDR gibt's ja nicht mehr. Nehmen wir das wieder. Ich war neulich in der DDR, in der Ex-DDR. Drei Tage. Sehr schön. Sehr schön. Ganz nette Leute. Prima. So, jetzt das lassen wir jetzt, oder? Das schaut doch schick aus. Beenden. So, beenden. Gut. Ähm, jetzt kommt, kommt der Telefon. Äh, und now. Müsste man, was müsste man jetzt machen? Äh, SMS. Nach, muss ich die anschauen? Weiß ich nicht, wie das geht. Müssen wir rausgehen, oder? Gehen wir mal raus. Gehen wir raus, oder? Zusammen, nach dem Zusammentreffen mit der Frau, mit der ihr Rachels Vater geht, ist in Frank's Wohnung. Aha, ah ja, genau. Jetzt gehen wir da rein. Aha. Hoch, hoch. Oh nee. Ach du Käse. Oh nee, die Ärmste hat einen verletzten Arm. Ja, komm. Oh nee. Bitte. Ja, genau. So, jetzt schauen wir mal, ob er da speichert. Beziehungsweise. Äh. Hoppla. Schwingliufe. Ich glaub's nicht. Geht in Frank's Wohnwagen. Und dann ist's Ende. Speichert der jetzt. Frank's Wohnwagen ist die nächste Episode. So, jetzt ist's Speichert da. Kommt da ein Graffiti. Nummer 15. Sollen wir das noch machen? Okay, das machen wir noch. Das, glaub ich, kriegen wir noch hin, oder? Jetzt war's nur noch Nummer 15. Graffiti. Ähm. Dreht euch um zu der Kochnische. 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 Graffiti. Da machen wir jetzt ein Graffiti hin. Komm her. Arbeit. Zuhause. 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 Das ist Nummer 15. So, haben wir's jetzt. Ah, Errungenschaft freigeschaltet. Äh, Nummer 15. Wunschliste. Ich guck mal schnell. Prima. Male das optionale Graffiti Nummer 5 in Episode 2. Schöne neue Welt. Letzte Wunschliste. War das jetzt. Und jetzt können wir alles anschauen. Apparently Frank is a werewolf. Und now? Äh. Jetzt müssen wir den Computer anschauen. Oh weia. Oder machen wir das beim nächsten Mal? Gut. Ja, schauen wir uns noch mal ein bisschen alles an. Und dann machen wir wieder Pause. Das kann jetzt keiner. Hält keiner aus hier. Was können wir jetzt da rausgehen? Schafe Soße. Ich glaub's jetzt nicht. Ja, wir müssen den PC anschauen. Huch. Da ist der Hundehaufen. Wir müssen den PC anschauen. Was ist da noch? Äh. Ja. Wettschein. Ah, das war die Mütze. Die haben wir schon. Schafe Soße. Äh. Vitrine. Oh oh. Ah, da ist Dings drin. Die typische Bohnensuppe. Geht ein bisschen schlecht. Y. Mr. Bean ist bekannt. Kühlschrank hat man schon da hinten. Oh weia. Tür. Oh oh oh. Ne, da geht's raus dann, oder? Mayo. Tüte mit Hasch. Oh ne. Oh, müssen wir die jetzt nehmen. Komm, die nehmen wir jetzt mal. Das machen wir jetzt. Komm her. Oh weia. Ja, na gut. Das hat er aber bemerkt. Na gut. Das. Prima Cornflakes. So, haben wir da jetzt. Jetzt müssen wir noch den PC anschauen. Äh. Oh weia. Ach so, mit dem. Und? Mila Kunis. Das ist doch die As Friends, oder? Jetzt müssen wir da alles anschauen. Mhm. So, zurück. Äh. Haben wir schon, oder? Oh weia. Ja, gut. Ah, man. Rachel, the therapist, would have a field like this. Mila Kunis, das ist doch die. Ja, das können wir jetzt lassen, oder? Genau. Sorry, Frank. Was kommt denn jetzt? Warte. Hm. Äh. Na gut, jetzt machen wir mal wieder Pause. Als nächstes müssen wir da hinten rein. Das ist, oder? Schauen wir mal, ob er da speichert. Oh, 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 oh. Aber da speichert. Oh, oh. Kommt ein Zombie. Oh weia. Oh, oh. Oh, warte. Das ist ne Ameise. Kein Hund. Haha, witzig. So. Speichern, bitte. Jetzt machen wir mal Pause. Was müssen wir denn? Äh. Hm. Schlafzimmer. Achso, wir müssen jetzt im Schlafzimmer das Tagebuch holen. Warte. Nehmen. Nehmen. Aha, Tagebuch. Is this what I think it is? Ah, shit. Mhm. Na gut, das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Ja, komm. Franks Messer hoch. Aha, gut. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht, oder? Futterschüssel. Okay, und jetzt müssen wir, warte, dass wir das, vielleicht kriegen wir das noch fertig. Müssen wir, das haben wir schon alles, oder? Jetzt müssen wir zu dem gehen, oder? Und, äh, Notizbuch. Warte, oder? Äh, bringt es ihm, also das Taubuch, um, genau. Notizbuch, Hetze, so. So, genau. Äh. Ähm. Ähm. Achso, jetzt steht hier eine Lösung, warte, Widerwarte-Lösung. Verrate dich nicht. Hä? Steht auch gar nicht. Verrate dich nicht, Traumwolke und 6er Sinn. Hm, kommt gar nicht. Machen wir mal das da. Poodle, da schon, ja. Also. Jetzt geht's los, oder? Das machen wir doch schnell, oder? Sonde am Holz. Oh, ja, I meant to introduce you. Mhm. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Äh. Erst vergessen, eine Antwort verlangen. Müssen wir jetzt das drücken, oder? Rachel would want one more. I bet I can convince you, it's harmless to tell me. Um Widerwarte zu gewinnen, musst du deinem Gegenüber genau zuhören und die... Aha. So, jetzt geht's los, oder? Äh, verrate dich nicht, steht jetzt hier, müssen wir machen, also Y. Verrate dich nicht, dann Traumwolke und 6er Sinn. Aha. Das machen wir jetzt noch schnell. Traumwolke, müssen wir jetzt machen. Woher sollen wir das wissen? Ich mach mal Kaffeepause und das machen wir noch schnell fertig. Komm. Prima. Machen wir noch schnell fertig. Vier Minuten haben wir noch. Drei Minuten. Und jetzt müssen wir... Sechster Sinn. Hä? Gibt's gar nicht. Aha. Äh, so sensibel. Ich hänge ihn nur rum. Das steht da. Oder war das jetzt wurscht? Sechster Sinn. Müsst mir noch, müsst noch kommen. Haben wir's jetzt so geigt, oder? Weiß keiner. Aha. Kommt da noch was, oder? Schauen wir mal, ob wir das hier noch fertig kriegen. Äh. Oh, weia. Speicherpunkt. Wir brauchen Scheierpunkt. Ich will aufhören. Schickes T-Shirt schon, ja? Thanks for telling me. Mhm. You hear the millburn down? Gut. Ja, lassen wir das mal noch laufen. Warte, achso. Äh, Geld von... Oh, weia. Geld von was? Gut. Ich schau grad E-Mails an, ja. Okay, kann jetzt noch ein bisschen da. Äh. Ich hab's nochmal ge... Ich gebe es dir später, machen wir mal, oder? Mhm. Okay, jetzt müsste Ende kommen. Äh, Speicherpunkt. Müsste jetzt Ende sein. Oh, toller Bildschirmschonascher, ja? Also gut, jetzt müsste es aber Ende sein. Mhm. Müsste jetzt mal mal speichern hier, komm. Gut, prima. Kannst du das? Äh, da springt dabei für mich raus. Ja, natürlich. Aber was ist für mich? Idiot, du hast mich noch. Oh, weah, weah. Die so ein bisschen langsam, die Kollegin hier, geistiger Art hier. Der auch, aber der auch. Mhm, mhm. Und da sehen mich alle bescheuert aus, aber na gut. Mhm. Deutschland, ja. Congratulations. Da brauchen die für ein Wort schon fünf Stunden. Ähm, das ist Wahnsinn. Wenn du nicht diesen Preis machen kannst, 100 Dollar, closer to leaving Arcadia Bay. Aha, jetzt können die da endlich raus dann, oder? Na, hoffentlich. Gut, jetzt müsst ihr aber speichern, Freunde. Wir machen gleich Schluss. Gönne, jetzt speichert. Jetzt aber, hallo. Oh. Prima, Grafik. Jetzt speichert er. Prima, und da beginnt die nächste Folge, äh, Wohnheim. Wohnheim. Speichert. Genau, da machen wir jetzt aus. So, Wohnheim. Studentenwohnheim. Uiuiui. Ich wollte schon das Scharfschützengewehr rausholen. Das Opfer des, des Computerspiels hier. Hallo. Ähm, apropos Scharfschützen. Jetzt spielen wir dann Just Cause 3 weiter. Da müssen wir noch einen DLC machen, Freunde. Das machen wir jetzt noch, komm her. Also, da machen wir jetzt aus. Wenn's speichert hat, hat's schon gespeichert. Na, da schau her. Prima. Rocken da jetzt wieder die Idioten rum. Ich will jetzt echt hier das Scharfschützengewehr rausholen. Tü, tü, also. Genau, Spendentafel. Ähm, warte. Ähm, da kommt Graffiti 16. Aber, ja, gespeichert hat er, gell. Dann machen wir jetzt aus. Machen wir aus. Abschlussprüfung. Okay, Spendentafel. Okay, äh, herzlichen Dank für... Ich schalte jetzt aus. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich in Just Cause 3. Also, tschüss, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.